Wenn eine Patientin schon einmal ein Mami-Makeover vollzogen hat, sprich eine Operation an Brust, Bauch oder Fettabsaugung, kann es schon mal vorkommen, dass die ein oder andere Patientin wieder schwanger wird. Ich empfehle immer Folgendes. Man kann natürlich nach einem Mami-Makeover schwanger werden. Wenn man allerdings in einer Reproduktionsphase steckt und sagt, ich habe jetzt ein Kind und ich möchte noch zwei oder drei oder noch eins, dann empfehle ich nicht, einen operativen Eingriff an der Brust oder am Bauch durchführen zu lassen, denn jede Schwangerschaft verändert den Körper auf ein neues, sodass ich dann eben eher empfehle, erst einmal alle Kinder zu bekommen und dann die Operation durchführen zu lassen. Wenn aber schon eine Operation stattgefunden hat und man wird dennoch schwanger, ist es auch überhaupt kein Problem, die Haut am Bauch kann zum Beispiel nach einer Bauchdeckenstraffung wieder nachgeben und die Brust, eine operierte Brust kann genauso Milch produzieren, vielleicht nicht mehr ganz in der Menge wie früher, aber es ist kein Hindernis schwanger zu werden.